Duld ist bitter, aber ihre Frucht ist süß. Willkommen zu Sturwassers magischen Nachrichten. Nach all den schlechten, bedrückenden Nachrichten in meinem Privatleben in den letzten Wochen endlich mal was Positives. Eine spannende neue Entdeckung. Es ist schwer in Worte zu fassen und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es selbst überhaupt richtig verstehe. Auf jeden Fall, die Zauber im Buch sind irgendwie alle miteinander verwoben. So ergibt sich durch die vielen Kleinen ein einziger großer Zauber, der wirklich unmöglich mit Worten zu beschreiben ist. Auch weil ich ihn noch nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, was er bewirkt, warum er so viele Komponenten hat und wie die ganzen kleineren Zauber zusammenhängen. Auch die Rolle des Artefakts dabei ist mir nicht klar. Aber mit jedem Tag, den ich das Buch studiere, wächst mein Verständnis. Mit jedem Tag beherrsche ich neue Zauber. Und es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis sich ein großes Bild ergibt, das man verstehen kann und das ich dann auch vernünftig erklären kann. Und wenn es erstmal soweit ist, bei meinem Namen erfahrt ihr zuerst davon. Guten Tag, durchlauchte Hörer und gemeines Volk. Das sind Sturwassers magische Nachrichten. Seitenwechsel Entgegen vorherigen Berichten scheint Graf Zwiebelstein doch nicht nach Norden aufgebrochen zu sein. Er soll sich noch immer in Gelderreich befinden und inzwischen Teil der Rebellengruppe Freies Gelderland sein. Die Rebellen gewinnen damit nicht nur einen ehemaligen Grafen für sich, sondern auch einen über die Grenzen hinweg als großen Taktiker bekannten Mann. Könnte das militärische Wissen das fehlende Puzzleteil sein, welches die Aufruhrer all die Jahre so dringend brauchten? Das bleibt abzuwarten. Es wird noch ein offizielles Statement der Rebellengruppe zur jüngsten Akquisition erwartet. Vermutlich wird das geschehen, wenn Zwiebelstein von der unbekannten Anführerin, die auch nur als schalerrote Hexe bekannt ist, mit dem Bluteid aufgenommen wurde. Wer hext? Nachdem bereits mehrere Menschen in Frankfurt verschwunden sind, sind in letzter Nacht mystische Symbole in roter Farbe auf dem Dorfplatz aufgetaucht. Außerdem wurden abgetrennte Finger an mehreren Stellen im Ort gefunden. Der örtliche Kleriker hat vorgeschlagen, Gliedhilde, die verrückte Alte im Dorf, sofort an den Pranger zu stellen und der Hexerei anzuklagen. Gliedhilde äußerte sich zu den Anschuldigungen nicht, versitzt dem Kleriker aber einen kräftigen Kinnhaken. Entgegen dem Willen der Bürgermeisterin Jennifer hat Bauer Jorso um Verstärkung durch Hexenjäger aus dem nahen Kloster gebeten. Ab Sonnenuntergang gilt bis auf Weiteres eine Ausgangssperre für alle Dorfbewohner. Der Ausschank von Bier und Wein ist nur noch im Gasthaus gestattet und das Betreten des Waldes ist bis auf Weiteres untersagt. Kinder sind zur Sicherheit bevorzugt mit fetthaltigen Lebensmitteln zu ernähren und sollten jede Bewegung vermeiden. Bärenhunger Im Nordwesten des Finsterwalds wurde ein wilder Bär in der Nähe der Handelsstraße gesichtet. Ich möchte daran erinnern, dass diese Tiere heilig sind und in der Regel mehr Angst vor euch haben als ihr vor ihnen. Außerdem rate ich von Soloerkundungen ab. Bei Bärensichtung ist es immer ratsam zu zweit unterwegs zu sein, um im Notfall die Reisebegleitung zu opfern und die Fluchtchancen zu maximieren. Peinlich Im Krieg zwischen gelderreichen Ollenhafen haben sich König Loncio und Ratsherr Polischuk auf einen neuen Friedensvertrag geeinigt. Dabei gesteht König Loncio ein, dass er noch nie etwas von einem versunkenen Salzschiff gehört hat. Ratsherr Polischuk dementiert seinerseits, dass es jemals um etwas anderes ging als um die freundschaftliche Marineübung, die wir ja alle miterleben durften. Die beiden Kriegsschiffe, Cortessa und Rote Perle, die sich in der vergangenen Woche gegenseitig versenkt hatten, wären ausrangierte Schiffe gewesen, speziell für den Zweck der Versenkung entsendet. Keine Partei sprach dabei über die 200 Seeleuter, die seit dem Verschwinden der Schiffe vermisst werden. Ich mühe mich zwar stets darum, objektiv zu bleiben, aber an dieser Stelle muss ich ganz entschieden meine Unzufriedenheit ausdrücken. Ich habe kein Problem damit, dass der Krieg, der ja nur wegen einer Bagatelle begann, unter den Teppich gekehrt wird. Es ist aber unwürdig, all jenen gegenüber, die im Verlauf ihr Leben verloren haben. Und um es ganz deutlich zu sagen, auch wenn es mich meinen Kopf kosten könnte, das war unköniglich. Jungfrau in Nöten In Ponzlin konnte der Sohn des Grafen aus der Gefangenschaft durch schmierige Banditen befreit werden. Durch sich selbst. Die Unholde hatten den jungen Mann kurz zuvor bei einem Waldspaziergang entführt. Auf dem Rückweg konnte der Grafensohn sie aber davon überzeugen, dass er gar nicht der Sohn des Grafen ist, sondern nur ein Doppelgänger, um den echten Sohn zu schützen. Er untermauerte diese Lüge damit, dass der echte Sohn des Grafen ein verweichliches, weinerliches Balk ist und wohl kaum in der Lage wäre, einen Faustkampf gegen einen großen, starken und mutigen Banditen zu gewinnen. Als die Entführer ihn losbanden, um genau das zu erproben, nutzte der Grafensohn die Chance und rannte davon. Man kann von dieser Geschichte halten, was man möchte, aber der Junge hat Grips und zwei flinke Beine. Ich würde ihm eine strahlende Zukunft prophezeien. Wenn ich ein Prophet wäre. Da ich das nicht bin, wäre eine Prophezeiung durch mich eine strafbare Handlung. Deswegen habe ich natürlich noch von einer alternativen Dimension gesprochen, in der ich Prophet wäre. Wird das vor einem Richter stand? Ja, das passt schon. Ja, zum Schluss wie immer die Formel, die als Ende des Zaubers zitiert werden muss. Danke an die Unterstützer der edlen Sache. Isoboy und Nico. Wenn auch ihr ein Opfer bringen wollt, könnt ihr das gern tun. Besucht patreon.com slash triple20 oder q-fi.com slash triple20 und folgt den Anweisungen. Außerdem findet ihr auf triple20.net Links zu unserem Discord, Bekleidungsladen und weiteren tollen Sachen. Lasst euch auch nicht aufhalten, mein Wort zu verbreiten und neue Anhänger für die Wahrheit zu suchen. Erzt, teilt und unterschreibt.